Haarfarbe, braun, Augenfarbe, blau. Sind doch gut, oder? Okay. Nenne mir den Namen von einem Freund aus dem Internat. Gab's da nicht mal einen... Leon? Das war im Kindergarten. Du hast dir ziemlich gutes hören. Also mach was aus deiner Marokko-Reise. Schau zu, dass du das erlebst. Freut er sich denn? Heinrich, pass auf den Jungen auf, ja? Paula, möchtest du endlich mal hier einen großen Bruder kennenlernen? Jetzt erzählen wir doch nichts von meiner Schwester. Ist dir doch völlig egal, was die will oder was ich will. There's nothing to do here for me, Marokko. There is a lot you can do, Marokko. The problem is a father. What is your name? Ben! You have to go. No, go! Je cherche un garçon allemand de 17 ans. Mensch, das Kinder, wo zum Teufel bist denn du? Ich bin mit einem Mädchen unterwegs. Ich will in die Wüste. Die Zeit, dass wir heimkommen. Wir waren jetzt das Mädchen, mit dem du da unterwegs warst. Karima aus Marrakesch. Nicht jeder Vater, der um sieben bei seinem Kind auf der Bettkante sitzt, ist deshalb zwangsläufig ein guter Vater. Ja, du bist einer oder was? Wenn du mich lassen würdest. Bevor ich losgefahren bin, hat er zu unserer Schule gesagt, dass ich was erleben soll auf der Reise hier. Das ist mir nur gelungen. Du hast es ja auch noch nicht geschafft. Was? Das Großwerden. Wungen des Films 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 Vielen Dank.